Weil heute Nikolaus ist, kannst du heute 6 Euro gewinnen. Es ist der 6. Dezember und Homer erhält einen Anruf von einem Patienten. Hallo Dr. Patson, Sie müssen mir unbedingt helfen. Sie wissen doch, ich gehe immer Nikolaus, gehe ich immer den Kindern Geschenke vorbeibringen. Das bringt mir eigentlich immer so viel Freude, dabei amüsiere ich mich so sehr. Aber heute war das zu kalt und ich bin nass geworden und jetzt habe ich ganz furchtbare Rückenschmerzen. Ich kann gar nicht mehr richtig gehen und der Po tut mir weh. Wissen Sie was, ich habe mir sogar in die Hose gemacht. Das geht nicht, da müssen Sie sofort zum Arzt. Ich rufe jetzt 112 für Sie und ich lasse Sie abholen. Das ist ein Notfall. Nein, das möchte ich aber nicht, Dr. Patson. Wer die heutige Frage richtig beantwortet, bekommt nicht nur 6 Euro, sondern wird auch in den Termin Notfall 1 morgen Vormittag eingeladen. Das ist ein Notfall.